Dann verloren Sie also im Tal den Großteil Ihrer Einheit gegen die Russen. Wer überlebte? Montes, ich selbst, Cole und ein paar andere. Hat Captain Cole Ihre Leute in den Tod geschickt? Was? Nein. Das dachten Sie doch insgeheim. Oder etwa nicht? Ich habe in Bosnien vier meiner besten Freunde verloren. Ein Raketenangriff. Der Typ, der Wache halten sollte, war eingeschlafen. Sechs Monate war ich neben der Spur. Manchmal wollte ich ihn töten. Wir alle sprachen darüber. Ich glaube immer noch, dass alles seine Schuld war. Ich hätte Mitleid mit Ihnen, wenn Ihre Leute mir nicht noch mehr Leid hätten. Denn Sie wussten nicht, wer Sie in Wirklichkeit sind. Sie hätten es verstanden. Und Sie? Hätten Sie verstanden, wenn Ihr Kamerad den Feind unterstützt hätte? Die Russen waren nicht unsere Feinde. Sie haben ihre Freunde umgebracht! Schön locker. Ganz locker. Während Sie noch im Iran im Einsatz waren, haben wir Bündelübertragungen zwischen Dima und seinen Handlangern in Kiew abfangen können. Er war zu der Zeit auch im Iran. Warum war Dima im Iran mit den Russen? Und hier hat man ihn mit den Russen ausgewählt. Wir kommen wieder zurück zu Let's Play Battle VIII. Und wahrscheinlich kommt wieder ein nettes Gespräch. Oder was auch immer. Und ja. Ich werde dann wieder das Maul halten. Genauso wie jetzt. Ja, scheiße. Krasnlig klicken. Krasnlig klicken, Krasnlig klicken. Dima, abussel die Föhrmung. Wie ist die Begräu? Die Sankt, der mich auf die Minute zu verhindert, niemand ist von der Hälfte und nicht in die Hälfte. Ok. Es ist nur ein paar Fragen, die Amerikaner wissen, wie es in der Föhrmung ist. Zilön klicken, zilön klicken, zilön klicken, zilön klicken. Und ab geht die Post. Boah, verdammt. Das ist schon sehr nice gemacht, finde ich. Ach, jetzt schon Fallschirmöffnen, das ist langweilig. Aber schöner Ausblick hier, die Wolken sind ziemlich cool gemacht und sehr realistisch sogar. Yeah, komm, jetzt machen wir ein paar Drecks in die Luft. Geht das? Ah, es geht echt. Was? Die sind aber genau in die E-Mail gelandet. Was, die Profis, man. Ah, wenn wieder keinen anderen Waffen. Ist ja mal wieder klar, dass sie sie wieder gefunden haben. Schade, ich wollte eigentlich eine Granate werfen. Gab's aber keine Granate. Da ist einer. Ich krieg dich noch. Die Waffe ist nicht so der Fall, finde ich. Ja, so, ich finde ich nicht gerade so cool. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Merke ich gerade. Ich kann mir der jetzt überhaupt nicht gerade umgehen. Und die Typen schießen mit Schrot. Das gefällt mir auch nicht. Wenn die das, wenn die denn hier... Ah, auch nicht so. Supercool. Sehr voll beschissen hier wieder. Ach, da sind Bate drin. sag so klar ich hab gedacht wir irgendwie so keine Ahnung das Mörder mäßig ist das war gleich die sehen fast gleich aus komischerweise stirb doch da ist doch einer ach nö oh Sky Edge Sky Edge gegen Shotgun nach nö lassen wir mal ja ich darf mal wieder nicht fahren ich muss wieder hinten sitzen natürlich ist ja klar ja Schö, wir hören sie. Die Fahrt war eine gute Idee. Gehen wir auf den Weg. Die letzten Sputniken zeigen eine große Werteilung. Wir haben 30 Minuten, vielleicht sogar weniger. Schö, wenn wir sofort gehen? Die Werteilung haben, dass wir die Werteilung haben. Das ist ein Werteilung. Die Werteilung, dass wir die Werteilung haben. Nein, nein, nein. Das ist ein Werteilung. Schau, schau, wir kommen mit ihnen in die Werteilung. Schau, dass wir die Werteilung haben. Die Amerikaner kommen. Sie sind in der Nähe von Gillard Valley. Schafften Sie alle hierher, wir verschwinden. Sir, der Luftraum ist problematisch. Ich bin mir der Situation bewusst. Du einfach, was ich sage. Отлично. Er ist nicht so, wie wir sind. Es wird immer noch ein Nachteil. Oh oh. Kann schlecht ausgehen. Das ist ein Nachteil. Okay. Hätte man auch Schalldämpfer benutzen können? Ja. Oh oh. Da war der heftig geklopft gerade. Kommt hier nicht rein. Kommt hier nicht rein. Was ist denn da? Absteckhammer. Ah, ich glaube, es wird den Folgen. Äh. Oh, hallo. Äh. Also, da drin. Boah, komm, jetzt übertreib mal hier wieder nicht. Ist aber keine Lippelbegrüßung. Finde ich uncool. Naja, der ist schon wieder abgezogen hier anscheinend. So, das sieht man schon mal. Ich bin kein Schrotflinten-Typ. Ich triff auch nicht so viel. Was eigentlich relativ unmöglich ist bei der Schrott. Bei der Shotgun, aber Was passiert? Ach so, es ist relativ wieder. Mensch, ich soll's dir eine typische billig Damage-Waffe einfach, was mir überhaupt wieder nicht gefällt. Und der Drecksack da rum geht mir auf den Sack. Und die Waffe gefällt mir jetzt auch nicht gerade. Oh mein Gott, jetzt hör doch auf den Ballern, ehrlich. Das gibt's doch nicht. Da ist doch einer. So. Makarov, ähm, ist, glaube ich, mal ziemlich angepisst, muss ich sagen. Boah, haut der halt ja die ganze Scheiße weg, ey. Ach, du scheiße, die halbe Mauer zerblickst. Ach, du scheiße. Äh, langsam haben wir keine Deckung mehr. Nein, das ist immer so eine krummige Sache. Ah, Mann, ich bin ziemlich angeframed wieder. So, komm, heil dich komplett. Oh, geht doch. Das ist das Problem. Ah, das ist nochmal Pflicht. Ah, der Gammel da wieder. Okay, vorwärts. Oh, je, 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 mach mal, Hölle. Oh, was ist da? Hallo. Oh, jetzt lade ich Nachrichten. Oh, das dauert ja immer so ewig bei MGS. Oh, Mann. Aber wir haben wieder 100, schaust, das, das sieht gut aus. Das Sekundärzimmer ist fast am Poolhaus und berichtet, sobald es dort ist. Kameras. Mach mal auf. Ja, toll, ich muss mich wieder anders sehen, ne? Ich bin der Einzelgänger, Mann. Sehr cool. Ah, ist das wieder geil. Wow. Oh, was für ein Auto könnte das sein? Keine Ahnung. Es sieht cool aus. Hallo? Keiner zu Hause. Ach, da drüben. Ah, auch nett. Was nützt das eigentlich bei MGS? Das ist überhaupt kein MGS. Das hat ihn da aufgefangen wieder. Das ist ein Sniper. Ja, hier ist das nicht. Herr auf, du flame, Alter. Herr auf. Oha, was ist das für eine Waffe hier? Fuss. Sehr komisch, dieses Sniper, finde ich. Sehr, sehr komisch. Sniper! Was ist das für eine Waffe hier? What the fuck? Ach, da oben. Da drüben ist noch einer. Den krieg ich auch noch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Den krieg ich auch noch. Oh, ich stütze gleich alles ein, ey. Warte mal, ich nehme die Sky-Chie. Ich muss die Sky-Chie nehmen. Die ist... Epic Wave. Ähm. Okay. Auch nett. Schwimmenden, äh, Töpfe und, weißt du, sich. Ich spalle euch, ist es ein bisschen dick. Sinnloses Rundeballer wieder. Sinnloses Rundeballer. Okay. Oh, guck dich erst mit an. Äh, hab ich jetzt die Sky-Chie? Ja, hab ich erst. Ach Gott. In diesem, äh, Rot. Keine Ahnung. Nichts. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau heißt. Nehmen wir auch noch mit. So muss das gehen, Leute. So. Nicht da irgendwie hinten rumgammeln. Sie sind im Perimeter. Rückzug. Die Perimeter. Bisschen erholen hier. Ich komm von hinten. Irgendwo da hinten vielleicht. Blauerweise, wenn er hier nicht ist. Na, der ist ja mal grad runtergeflogen. Wie noch was, ey. Boah. Bwuh. Schick dem, ey. Ah, immer dieses Messer. Ich vertanke mich. Nichts, alles zauber, gut, weiter geht's. Ah, jo, klar, ist der voll. Ah, ist schon wieder vertan. Ja, ich bin nur bescheuert, böh. Ah, ist schon wieder vertan. Warum schießt der auf mich? Da hinten sind meine Kollegen und was macht er? Er ballert auf mich. Super cool. Ach, da kommt ja noch mehr. Die machen einen Scheißdreck. Nur eh so, wie die Arbeit machen. Das ist das so cool. Kaparov ist unterwegs zum Helikopter. Es ist noch unproduktiver wie bei Moly-Wafel. Der Call of Duty ist insgesamt. Danke. Ah, Munition. Ich habe keine Lampe. Sie sind offen. Nee, ich habe keine Lampe. Egal, die haben Lampen. Das reicht doch. Ah, verdammt. Ja, die haben wir schon aus. Natürlich. Ich will die vor mir rumgammeln. Warum leben die immer noch? Ich falle voll auf die Köpfen drauf und... So, jetzt habe ich erst nicht mal richtig geworfen. Geld? Nö, doch kein Geld. Siehst du sie? Nein, noch nicht. Ich hörte, sie wären zu dritt. Blödsinn. Kann ich sein. Wie sollen drei Männer das schaffen? Ja, hallo? Da war ein Dwarf in der Saison. Diman, schau mal, wie kann ich mich übernehmen. Ja, ich soll mal wieder einen anderen Weg nehmen. Oh, ein Schießstand. Ups. Mm-hmm. Da, was... F-hmm. M-hmm. M-hmm. Dem wieder ein Rotlichtvisieren, also nicht rotlichvisieren. Laserpointer, meine ich. Es blendet ja richtig extrem an in diesen dunklen Räumen. Ah, ich habe wieder keine Munition. Scheiße. Alter, blenden die mich. Ja, verdammt. Achso, die kommen da rein. Ich habe gedacht, ich muss da durch. Mach mal auf. Wer ist der Natsch? Ihr seid ein bisschen langsam, ne? Ja, nein, 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 nein. Du, ich die Menge. Ich wollte das Leben wieder. Oh Gott. Ich krieg dich, du bist so. Ich krieg dich nicht. Da, ich hang dran. Hallo. Der erste Schlag. Oh, oh, incenster. Ach, du Scheiße. Uh, haben wir noch mal Glück gehabt? Stopp! Mich wollen Sie doch gar nicht. Es ist Rath. Es ist Solomun. Hören Sie? Ich habe Informationen über Solomun. Ich weiß genau, was er vorhatte. Und kenne er den Ziller und der Koffer. Machen wir einen Deal. Meine Freiheit. Gegen Informationen. Sie lassen mich gehen und ich sage Ihnen alles. Ich sage Ihnen, was Solomun hin will. Ich weiß, was er vorhat und... Oh! Okay. Ist wieder vorbei. Ein Dorn. Sie fuhren also dorthin. Sie und die, die übrig waren. Sie, Cole und Montez. Ich an ihrer Stelle würde jetzt an meine Freunde denken. Ich würde mich fragen, was ich hätte anders machen können. Vielleicht wünschte ich sogar, es wäre mir passiert und nicht meinen Freunden. Sie kamen also bei Kavarovs Villa an. Vor dem größten Teil der russischen Einheiten und vor allen anderen. Nicht vor allen anderen. Dima war dort oder etwa nicht. Und Sie trafen eine Entscheidung. Eine folgenschwere Entscheidung für Sie und über das Leben Ihrer Leute. Und darüber, wie weit Sie für Ihr Land gehen würden. Sie wissen einen Scheiß über die Entscheidung, die ich treffen. Dann erklären Sie es mir. Überzeugen Sie mich. Wir teilten uns auf, um die Villa zu durchsuchen. Ich war allein. Und hier wieder eigentlich mal Kavarovs selber mit dem Moment eigentlich. Aber ein bisschen anders da. Es ist ja wirklich nicht wirklich eine Mission. Und ich schaue mal, wie weit ich da aufleben kann oder nicht. Auf jeden Fall sind wir hier komplett zerstört alles und... Okay. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland drei Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verschäbelt. Solomon benutzt die Bilder. Er hat mindestens zwei Ziele. New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York wird sehr bald am Times Square zündet. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide. Keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen läst. Nur zwei Soldaten, die die Wahrheit zahlen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuzahlen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündeter Rücken an. Ich sag dir runter auf den Boden. Ja, verdammt. Ich hab gedacht, ich hab noch ein bisschen Zeit. Och Gott, halt aufs Maul. Nein. Das ist ja Bullshit. Halt an, halt aufs Neue. Ich sag dir, oh Gott, nein. Ja, sorry für den Trailer, aber ich konnte nicht denken, dass er so schnell schießt. Oh Mann, ist das beschissen. Jetzt müssen wir jetzt die Scheiße nochmal reinziehen. Ach, ist doch Scheiße. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland drei Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscherbelt. Solomon benutzt die Pellar. Er hat mindestens zwei Ziele, New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York wird sehr bald am Times Square zünder. Das darf nicht passieren. Wir können an einen möglichen Krieg fliegen. Nur wir weiter. Keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen rießen. Nur zwei Soldaten, die die Wahrheit zahlen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündeter Rücken an. Denk daran. Tu alles, was nötig ist, um Solomon aufzuhalten. Okay, ich glaub das war's jetzt mit diesem Abschnitt. Jo, anscheinend schon. Also würd ich sagen, sehen wir uns dann wieder beim nächsten Part von Let's Play Battlefield 3. 실� plea. Bis zum nächsten Mal.